Oda Jo Leute was geht? Wir sind hier wieder im Portal 2 unterwegs und wir schauen mal, dass wir jetzt dieses lange Level machen, aber es ist echt ziemlich lang ich muss mal ganz kurz belegen, wie das funktioniert, ok wir müssen da oben hinkommen, ich wollte gerade mit FK normalerweise zeigen im Multiplayer, den haben wir jetzt durch den habe ich mit Flo in einem Abend in 4 Stunden durchgespielt, also das müsst ihr mal überlegen das ist eine Menge gewesen ok, wir müssen da rausfliegen, da hier vorne was ist, dass sie dreht, gehe ich mal davon aus, dass er sprungig heißt alles drüber fliegen, drauf springen, da hinkommen dementsprechend müssen wir das umdrehen ich kann leider nicht zeigen, das zeigen wir im Singleplayer extrem praktisch gut, um das umzudrehen bräuchten wir, ich schaue nur gerade nach rechts, äh, wie so die Tonaufnahme ist, ob die zu laut ist, zu leise oder so wir scheinen eigentlich ganz okay zu sein, ich scheine am Anfang ein wenig laut, aber das passt eigentlich um das umzudrehen muss da vorne ein Würfel drauf, den Würfel haben wir da dann schauen wir doch mal, ob wir nicht den Würfel da runter bekommen irgendwie was, okay da ist ja wie viel da ist noch eine Art Schanze dann konnten wir doch eigentlich so, mal hier vorne eine kleine Laufbahn bauen fliegt das weit genug ja, tut es das war knapp ich glaube, er versteht jetzt meinen Plan so schauen wir mal ha, geht sogar ah, ist drei, ne so, da reicht er runter das andere Portal hin und umdrehen gut müssen wir jetzt mal schauen oh, nee, der muss nochmal weg sonst kriegen wir ja keine Flüssigkeit dahin sehe ich gerade jetzt müssen wir einmal nochmal umdrehen, damit er von unten angespritzt wird guck mal hier machen jetzt ist der angespritzt das fliegt schon da raus da war jetzt den Namen so, da müssen wir eigentlich schon sagen können los geht's das war klappt ja, also ähm, ich merke mich mal freiwillig, ne das bin ja nicht ich von daher ist das ja nicht mein Körper, also ich würde mich da schon freiwillig melden jetzt eigentlich, so und wir fahren mal weiter ins nächste Level und schauen uns was dann auf uns wartet gar kein Ladescreen oh, was wollte ich schon sagen das ist aber ein langer Fahrschulfahrt normalerweise kommt viel eher der Ladescreen aperture signs oh, nee, nee, bisher ist ja nur aperture so, Entschuldigung das Logo verändert sich ja auch noch in laufe der Zeit so ist schon wieder freundlich heute jetzt mal gucken, was wir machen können ok, wäre schon mal keine dumme Idee da oben zu gehen ey jetzt hier durch zufrieden so vorne kommen nix, was ich konnte, ne ich wollte gucken, ob ich vielleicht da irgendwo so ein Special, ein extra finde, das wo man sonst nicht hinkommt oder sowas ist ja irgendwas irgendwas Specialiges, was ich da finde aber hier gibt's nichts Rufschlatschung, gar mal Rufschlatschung, gar mal ok hm hm hmm ist auch ach mein jubel bosse roboter wieder ist so geil genau gleich aus denken weiter und go wir müssen warten das würden uns nicht zerpressen und weißt du was gemahne Mondsteine sind pures Gift ich bin todkrank aber sie sind tolle Portalleiter wir testen gerade ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt wenn das Leben dir Zitronen gibt mach Limonade draus denken wir positiv und forschen weiter ich wäre dir dankbar wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest Carolyn bring mir noch ein paar Schmerztabletten so hier ist die Testsabletten und weiter geht zu der Test ja man hat schon der der Cave Johnson der der Leiter und Erfinder von Apigee Science ist ziemlich krank geworden was ist das für ein geiler Beamer der hat irgendwie der totkrank von diesem Mondgestein auf jeden Fall das Mondgestein ist diese weiße Flüssigkeit die wir übersehen cool man kommt da vorne hin gibt's den Special schade deswegen liegt das Ding ja auch quer auf jeden Fall jetzt ein paar Jahre weiter vor der Zeit man hat schon gesehen das Bild auf dem Bild ist er deutlich älter geworden und wir machen jetzt mal weiter so please do not test if bitte nicht testen falls du allergisch gegen Mond Sedimente also Mond und Absondungen bist wenn du deine wenn deine monatliche Testquote erfüllt ist oder wenn du stark genug in deiner Arbeit eingebunden bist dass du nicht testen kannst also das war jetzt mal so eine grobe Freibersetzung davon ihr könnt das wahrscheinlich besser übersetzen dann habe ich keine Zweifel aber ich hatte jetzt keine Lust mehr das genau zu übersetzen das ist ein bisschen drauf warum kommen wir die Ladescreens zum Spiel hier kommt gar keiner was ist denn da los ich finde die Kugelkabuz wir sind immer in so Kugeln drin also wir arbeiten immer in so Kugeln und da ist das Mondgestein ja totkrank werden jetzt können wir hiermit überall Gelen spritzen so 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 Ich guck grad so'n bisschen, was wir machen können. Da oben müssen wir hin. Okay. Und da müssen wir hin. Da können wir schon mal da hin machen. Muss man wahrscheinlich da rausfliegen. Da. Na? Da muss ich gerne raus. Da unten ein Portal hin. Da rüberfliegen können und dann einmal. Oh, da ist mir nicht. Nein, das war doch das Falsche. Doof. So, jetzt aber das Orangene. Und ob's. Wunderschön. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Mach er dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen geben, sonst Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wenn Sie vorsichtig haben? Ich jage die das Haus in die Loch mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronen gemacht mehr binden und damit jagen ich ja raus in die Loch mit den Zitronen. Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brian Madden, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir das. Und ich spreche es auf Band, damit sich jeder hundertmal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Lahm hier schmeißen. Sie wird sich zwar streuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann spiegt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, es ist vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Bleiben Sie wohl. Also, GLaDOS ist die gute... ...wenn sie will den Arm vergessen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen doof. Ähm, ja, egal. Danke, ihr Follower Band TV. Okay. Weiter geht's. Leute, das ist der Surface. Ach, äh, Aufzug zur Oberfläche. Oh. Hm. Wo war ich mal da oben? Ich fühle mich gar nicht mal so schlecht aus. No, ich... ... 3, 2, 1, go! Outro